Der Gegner heißt um 18.30 Uhr Hertha BSC. Und für einen Spieler bei uns aus dem Kader, da wird es ein ganz außergewöhnliches Spiel, nämlich für Philipp Bilbier. Der Offensivmann, der ist 2000 in Berlin geboren und hat seine Jugend in der Hauptstadt verbracht. Das ist schon was Besonderes, weil ich damals auch als Kind das erste Mal so richtig im Stadion war, war das Olympiastadion und habe damals in der Jugend öfter mal gegen die gespielt. Meistens haben wir die Spiele immer verloren, muss man sagen. Ich glaube, wir haben jedes Jahr bestimmt ein-, zweimal immer gegen die gespielt. War natürlich immer deutlich besser als meine Mannschaft, aber es war immer eine Herausforderung. Man wollte zeigen, dass man da auch irgendwie hingehört. Deswegen freue ich mich jetzt, weil es auch was Besonderes ist, gegen die erste Mannschaft zu spielen und hoffentlich können wir dann einen Sieg holen gegen die Mannschaft. Da hätten wir doch alle nichts gegen, würde ich sagen.